Heute spielen wir wieder MSP und ja, wir haben wieder mal eine Nachricht. Ich gehe ja nicht davon. So, und heute habe ich mir vorgenommen, also als erstes auf diesem Chat hier, also irgendwo hier Freunde zu finden und irgendetwas bei diesen Bildern oder Artbook oder so zu posten. Ja, aber wir gehen erst mal von Freunden und es ist irgendwie 9 Uhr morgens, deshalb vielleicht ist jemand schon da, vielleicht nicht, also wahrscheinlich nicht so viele. Und ja, was mich stört, dass keiner in meinem Alter ist, weil ich wüsste es ja, ich bin elf. Was ich bemerkt habe, ich habe mich ein bisschen jünger gemacht, also dunkler gemacht, als ich wirklich bin, ich wollte mich eigentlich heller machen, ich habe nämlich einen zweiten Account, also bin ich auch schon heller, aber man kann es ja noch ändern, ja. So, jetzt warte ich mal, bis alles hier gepowert wurde. Ja, deshalb bin ich auch ein bisschen müde, weil es so viel, also so früh ist, und ich weiß, es hat gerade gar nichts zum Thema gepackt. Ähm. Ähm. Also, um ehrlich zu sein, also ich fände es immer so cool, wenn so jemand interessant aussieht oder englisch ganz normal aussieht, und ja, Los Angeles sind wir gerade, ich suche mal, wo wir sonst hingehen könnten, ich gehe mal Rocky, es geht. Oh. Jetzt warte ich mal. So. Ähm. Ich. Guck mal, ob die. So, ich schreibe dem erst mal an, so hey. Und wenn die mir sympathisch waren, tue ich einfach eigentlich dann erst, äh, Freundschaftspanfrage. Ja. Und die sieht eigentlich auch ganz nett aus. Also. Sie. So, lass, verfolge ich dir, obwohl ich es gar nicht will. Ähm. Ähm. Oh. Ähm. Gut. Du warst ja wohl etwas schneller als ich. Ähm. Das ist jetzt eine Abkürzung für, wie geht's. Das wisst ihr, glaube ich. Oder auch vielleicht nicht. Jetzt wisst ihr so. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir könnten jetzt auch mal einen Jungen anschreiben. Ähm. Ja. Aber. Aber. Keine Ahnung. Ähm. Erstmal chatten wir hier weiter. Also, ähm, der Chat bei BibiFanForever sieht jetzt so aus. Ähm. Und bei Puffin, Muffin, sieht der so aus. Ich bin jetzt bei den Fotos. Und, ähm, ähm, ich guck jetzt mal so meine Freunde. Eigentlich ist da nur Pixies da, die irgendwas... Das stimmt, ich hab denen ja noch keine Freundschaft in Frage. Äh, das mach ich jetzt einfach mal, g'schwind. Dann mach ich mal hier. Ähm, ja. Ähm, hab ich eigentlich irgendwelche andere Kleidungen? Das hab ich ganz vergessen. Ähm. Nein, hab ich jetzt nicht. Genau. Okay. Ähm, dann. Ähm. So, also, ich hab jetzt schon, äh, Sachen noch gelernt. Die müssen noch überprüft werden, aber alles okay ist. Und bla bla bla. Und, ähm, so lange, ja. Ähm. Und, ähm, mein Status. Wie ist denn ich gerade mein Status? Oder, ich bin ja schon doch auf meinem. So, kann ich bei. Okay. Ähm. Ja. Ich würd dann auch schon. Sagen. Ähm. Ich hab beim nächsten Mal, glaub ich, vor, irgendwas zu machen. Oder was anderes. Also, ist ja eigentlich irgendwie logisch. Aber, ja. Ähm. Und. Ja. Das war. Ähm. Ähm. Mach ich dies. Tue ich dieses Video beenden. Und. Ja. Tschüss. Tschüss.